Untertitel automatisch ein- und ausblenden ein- und ausblenden zu wollen, müsst ihr einfach nur hier oben auf diese drei Punkte gehen. Ich zeige es euch mal kurz. Wie ihr erhitzen könnt, einen Löffel oder eine Tasse mit heißem Wasser. Aber achtet auch darauf, dass der Gegenstand bzw. Ihr seht, jetzt ist kein Untertitel im Video vorhanden. Und wenn ich jetzt aber hier oben auf diese drei Punkte klicke, kann ich die Untertitel hier aktivieren oder auch deaktivieren. Es kommt darauf an, in welchem Land Ihr Euch befindet bzw. angemeldet habt. Bei mir ist natürlich automatisch Deutsch angezeigt. Jetzt aktiviere ich diese mal und klicke wieder auf Play. Und Ihr seht, die Untertitel werden nun automatisch eingeblendet. Leider ist es nur manchmal so, dass nicht alle Wörter richtig erkannt werden und somit die Untertitel nicht hundertprozentig stimmen. Aber größtenteils sind diese doch richtig. Probiert es einfach mal aus und schreibt mir in den Kommentaren, wie es bei Euch funktioniert hat, ob Ihr noch andere Tipps über YouTube braucht. Lasst mir ein Like da, wenn Euch der Beitrag weitergeholfen hat. Und abonniert auch meinen kostenlosen Kanal, damit Ihr immer die neuesten Videos sofort erhaltet. Aktiviert dazu auch noch die Glocke. Bis bald!